Bist du Produkt des Zufalls oder der Absicht? Ganz einfach, Achtung, mach mal Rudern. Du kennst Rudern, greif mal vorne, zieh zum Körper, okay? So, war okay und jetzt greifst du nochmal nach vorne und dein Latissimus kennst du, den spannst du vorher an. Versuch mal zu finden, hast du ihn gefunden und jetzt zieh nochmal. Okay, Riesenunterschied hast du gemerkt, klar, weil du beim zweiten Mal Zielmuskel-Fokussi trainiert hast. Das heißt, du hast schon mal eine Verbindung zum Zielmuskel aufgebaut. Ganz einfaches Beispiel, beim ersten Mal, wo ich gezogen habe, ist es so, wenn du in den Raum reingehst, der ist dunkel und erst wenn du drin stehst, machst du das Licht an. Beim zweiten Mal habe ich erst das Licht angemacht und bin dann in den Raum rein, damit ich weiß, wo ich hingehe. Und das ist Zielmuskel-Fokussiert und das sorgt dafür, dass du nicht Produkt des Zufalls wirst, sondern Produkt der Absicht. Zielmuskel-Fokussiertes Training.